So dann durchsuchen wir nochmal den Boxclub. So wir gucken uns nochmal alle Sprüche an. Den Koffer haben wir auch schon gesehen. Da haben wir hier noch einen Spruch. Da gehen wir nochmal näher ran. Da finden wir auch nix. So gehen wir wieder zurück. Ohne Fleiß kein Preis. So gehen wir wieder zurück. Können wir denn hier irgendwie auf dem Boden gucken oder so? Was ist für ein Teppich da? Wir haben jetzt eigentlich mit allen Protagonisten gesprochen. Hier gehen wir nochmal zurück. Das ist hier an der Tafel. So hier oben gibt es noch einen Spruch. Zurück. Wenn du boxen willst musst du trainieren, wenn du siegen willst musst du härter trainieren. Okay. Hier ist eine kleine Leiter, können wir da hochklettern? Ne. Wir können hier nochmal reingehen. Hier sind Gott sei Dank auch die Hinweise weg, das heißt wir wissen hier ist nix mehr. Oh, da ist da noch was. Natürlich noch ein Bild zum Einkleben. Hall of Fame. Das nehmen wir natürlich. Super. Umso weiter sind wir. Jetzt machen wir eine Spind nochmal auf. Ein Loch und andere Geschichte, aber ein Greenberg. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Na, wieso nicht? genau machen wir den Schrank nochmal auf ich glaube der war leer ne doch nicht oh was zur Hölle da ist der Hinweis der uns gefehlt hat ja ich hab da nur mal geguckt ich bin Detektiv ist nun mal mein Job ja und mein Freund zumindest dachte ich das mal loslassen jetzt können wir wieder kombinieren dann strengen wir mal unser Hirn an der Büffel der für O'Larry arbeitet trägt ein Kleeblatt an Reviers Jake fühlt sich beim Durchsuchen der Spins ertappt hat warum hast du diesen Anstecker Jake in was für Schwierigkeiten steckst du da das würde mich auch mal interessieren ich hoffe ja dass er nicht schon wieder ankommt für meine Lieblingswächter Mist ich hatte ganz vergessen dass Jake mal für Natalia gearbeitet hat das beweist dass ich recht hatte es ist noch zu früh um einfach weiter zu machen so war ja nur ein anderer Spind das ist nur der hier das ist ja der unten der mit den blutigen Handtuchen ja da können wir auch zurück okay dann können wir uns ja können wir mal versuchen hier durchzugehen aber es klappt nicht da würde ich sagen entschuldigen wir uns mal dann kann er uns nochmal einen neuen Hinweis geben na gut Jake ich hab dir gesagt Desmond O'Leary ich weiß dass du für den arbeitest das denkst du dir doch aus warum sagst du denn sowas nicht zu müssen ich brauch schon nichts aber bitte sag mir die Wahrheit gut schätze mal ich hätte was sagen sollen die Geschäfte gehen in letzter Zeit nicht so gut Natalia war mein letzter gut bezahlter Job und die Sache ist schon eine Weile her dann taucht O'Leary auf und bietet mir einen Vertrag als als Leibwächter an was sollte ich denn machen ja kann man verstehen oder schon gut echt jetzt du scheinst mir nicht der Typ zu sein der halbseitende Angebote annimmt ich hab auch solche Sachen gemacht und noch Schlimmeres aber stolz bin ich darauf nicht hey O'Leary mag seine Finger im illegalen Glücksspiel haben aber das heißt doch nicht dass er Leute umlegt oder Witwen über den Tisch zieht und ich auch nicht ich bin bloß ein Leibwächter ich pass auf dass keinem was passiert was ich mache inklusive Vertrag und Lohntüte ist 100% legal wie schlimm kann's also sein O'Leary bezahlt dich mit schmutzigem Geld und du bist Teil einer kriminellen Organisation anders kann man das nicht sagen aber das stört mich auch gar nicht so langsam glaube ich dass auch du was mit Dunns Tod zu tun hast wer ich komm schon John warum lügst du dann tja schätze mal es bringt nichts das weiter zu verheimlichen ich war hier an dem Tag an dem Don starb nur weiter ich musste geschäftlich was für O'Leary erledigen ich soll das Kleeblatt tragen wenn ich für ihn im Dienst bin wie du weißt habe ich das Scheißding in meinem Spind gelassen lass mich raten du bist durch den Hintereingang reingekommen wie hast du ja genau so war's Joe hatte erwähnt dass er an jenem Nachmittag malen wollte aber ich hatte das vergessen auf jeden Fall hängt da noch kein Strick sehe ich gerade ich bin regelrechter Staat als ich ihn gesehen habe wie er da wie von Sinnen oben auf dem Gerüst Bobby Yale angeschrien hat was genau hat er gesagt sowas wie wenn du das machst sage ich den Kampf ab und sorge dafür dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt ich wollte nicht dass die mich sehen also bin ich weg Jake warum hast du mir das nicht gesagt ich dachte du würdest sauer sein also da hast du dich geirrt tut mir leid ich hätte was sagen sollen keine Sorge wir machen alle mal Fehler Zeit zu gehen ich muss über alles nachdenken was du mir erzählt hast danke John ja dann wissen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr und das ist doch super das ist doch vorangekommen das ist die Frage können wir da noch irgendwas kombinieren so köpfchen mäßig dann liegt Karten auf auf den Tisch ne das passt nicht Geburtsdatum von seiner Frau da liegt ein Personalaccount ans Tisch ne aber ich glaube wir kommen ja auch erstmal so nicht weiter wir gehen erstmal raus so ist jetzt die Frage wir gehen nochmal nach oben reden mit der Dame da oben und dann gehen wir nochmal raus wenn wir bei ihr nicht weiterkommen ich glaube so weit haben wir hier erstmal alles abgesucht aber haben sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können nein Ermittlungen brauchen ihre Zeit wie sie ja sicher wissen genau okay dann würde ich sagen wir gehen erstmal raus war da noch eine Tür oder habe ich was gesehen ne das ist ein Regal gewesen genau so wir gehen raus gucken ob wir mit dem Auto irgendwen fahren können weil er sagt ja selber er muss jetzt hier erstmal weg um ähm die Dinge erstmal zu analysieren und nochmal drüber nachzudenken sag ich unser verrückter Freund wieder wach ja der schläft immer noch wollen wir eben auch mal schlafen lassen ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen doch ich kann nicht klagen so dann okay wir kommen mit dem Auto da nicht weg das finde ich auch interessant dann gehen wir nochmal zu Sam's Diner mich ja vorhin sagte Dinner aber da steht ja nur ein Ende also ist Dinner Mann 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 naja ich glaube wenn wir der Dame hier im Danas Club das nochmal erzählt dann könnte es passieren dass sie vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr versagt hi Mr. Blackshead fällt Ihnen noch etwas zu dem Augenblick ein in dem Sie Dansleiche entdeckt haben ich kann mich wirklich an nichts erinnern tut mir leid ne tut mir leid ich denke das wäre es für den Moment man sieht sich wir werden Sie in Sam's Diner vermissen bye bye okay dann kombinieren wir nochmal irgendwas stimmt an Dans Selbstmord nicht da liegen Karten für den Personal da liegen Karten für den Personal Stunts drauf das passt nicht das passt auch nicht dann fangen wir doch mal so an ah warte mal Mary hat eine schöne Handschrift dann hatten wir Mary nennt dann Joey so da könnte man sagen da liegen Person da liegen Karten mit Personaldaten am Tisch ne das hat nicht gepasst schade dann wollte ich den Kampf absagen überlegen wir nochmal mal mal